Musik Hat doch super geklappt, ok So, die tragen wir jetzt noch ein bisschen, damit sie alle wird Ja, ich kann Zeug anzünden, ok Dann mailen wir mal noch ein bisschen Jetzt habe ich gar nichts gebracht Na gut Also jetzt Minen, wir wollen noch ein wenig Echt jetzt Äh Die will flowers gibt es hier, ok Da drüben ist was Dann machen wir es gleich richtig und nehmt ihr alles mit, sooo komm Ich hab noch genug für eine Fackel, das ist sehr gut Sooo Sooo Hier liegt Flint einfach so rum Und hier können wir weiterfahren Sooo Hier doch Der Willen ist das, der kriegt einfach den Mund nicht mehr voll Wenn der einmal Gold geschnuppert hat, dann will der einfach immer weitermachen Der ist auch schon in so einem richtigen kleinen Minerbad, also in meiner Bad Sooo Ohja Mein Gold Ich wurde hier seit 10 Jahren, hab noch nicht ein Stück Gold gefunden Doch ich weiß, hier ist auf jeden Fall was Wie kostet erurat darum zu ihrem Frauen Wir firewallen, da airlines schluss Ich bin nach viermal Und ich bin keinem svig Wo ich bin Ich kann's nicht machen weil ich das hier mache denn er habe mir kein Holz mehr geführt. Ist ja einfach mal da reingelaufen. Ok, ja, siehst du mal, da haben wir noch Büsche. Wir machen auch gleich die Axte lang. Ey, die Axt vor allen Dingen. Schaufeln meine ich. Stopp halt! Oh mein Gott. Und da noch. Und auch hier noch. Wir machen die Axte. Klack. Das liegt an der Fackel von 5%, ok. Stirb, 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 stirb. Die haben beide nur mitgegeben. Hätte ich jetzt vielleicht doch nicht mal anbrauchen. Egal. Egal. Da würde ich wirklich gerne die ganzen Büsche holen. Das Beste hat er liegen lassen. Warum auch nicht. Ich bin auch nicht mal an der Fackel. Nein. Das ist ein Mann. Ich bin auch ein Mann. Das ist ein Mann. Und wir laufen nach oben wieder zurück. Ich hoffe, dass wir eventuell sogar rechtzeitig ankommen. Na gut, walk to evergreen, machen wir was davon, dann nehmen wir hier noch ein paar Beerenbüsche mit, also die Büsche nicht, aber die Beeren, obwohl doch klar, die Büsche nehme ich auch mit. So, weiter nach oben, den Spaß mal mitnehmen. Bundle, dort spallen. Bin ich jetzt hier gelandet? Okay, das ist ein bisschen falsch. Ein bisschen. Out, out, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Doch, verdammt, nochmal weiter. Da sind Bienen. Und hier müsste ich jetzt theoretisch irgendwo gleich rumkommen. Hier ist ja die Stelle, wo die Büsche bauen, oder? Wo ist das? Da drüben ist das. Mal schauen. Man legt die echt schnelle Geschwindigkeiten zurück. Selbst die größere ist aus, als sie ist. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Wenn so ein kleine Vieh da ist, nicht in die Nähe der Erde gehen! Ja, ihr seht das schon, die haben so einen roten Arsch. Wenn wir da jetzt zu nah ran kommen, dann sind wir am Arsch. Die haben nämlich Frumpfzeit, die haben kleine Kinder und das heißt, zu nah ran heißt Gefahr für die Kinder ist ein Tod. Ah, habe ich schon zwei Altsjahre gefunden, okay. Das heißt, wir können jetzt sogar zweimal sterben, da haben wir es ja. Ja, wow, da ist der Winter auch. Wir können zwei Tage überspringen und können sogar zweimal sterben. Das heißt, der Winter ist, äh, der erste Winter ist theoretisch gut gerettet. Auf den Zweiten könnten wir uns ja eventuell besser vorbereiten, weil wir... Wow, was ist denn da los? Das will ich haben. Oh mein Gott, gebt mir das. Alter, geht der weg, das brauche ich alles. So, dieses ganze Staff da, den will ich unbedingt haben. Huh. Uncool. Ähm. Das ist der Stimme, lieber das da. Okay, vielleicht lass ich da mal liegen und ich gehe, ich habe die Spinnnetze bekommen, das ist sehr gut. So, wir haben noch Bären ein bisschen mitgenommen, genau, drop, 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 na komm, drop, na komm, drop, 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 und jetzt sehen wir noch die Scheiße und verifizieren das zu ausgezeichneten Büschen. Super, du solltest es doch nicht essen, du solltest es anpflanzen. Und dann noch Fade, und Fade, und dann noch, Moment. Nicht genug Dünger, okay. Chester, komm mal her. Du hast da 20 Dünger da drin, okay. Komm mal, Winchester. Das kommt da rein, und dann können wir nämlich klack, 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 klack. Da haben wir schon wieder einiges zu essen. I don't feel so gut, okay. Okay, jetzt haben wir hier noch drin, hier haben wir auch noch ein bisschen von dem Zeug hier. Und da haben wir noch Bretter hier drin. Der Falle haben wir noch hier drin, die Spinnen haben wir noch hier drin, das können wir alles jetzt zum Basteln benutzen. Genauso wie den ganzen Spaß, der bei Chester drin ist. So, dann gehen wir nämlich hier nochmal ran. So. Esst mal das halt. Hier habe ich wieder zwei Vögel gefangen. Ich muss sagen, so weit war ich noch nie. So viel Zeug angepflanzt und wirklich ausführlich angepflanzt hatte ich noch nicht. Ich hatte noch nie eine Chester. Eine Nanchester. Okay, Holz haben wir auch nicht. Wasch den hier bloß? Was ist los? Was ist los? So. So. So, ich glaube ich bin noch Arbeit in hier. Lalalalalalala. Lalala. 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 Hallo